In dieser Folge erfahren wir alles über Autositze und Kindersicherheit im Auto. Für höchste Sicherheit ist es wichtig, dass Ihr Kind richtig im Autositz angeschnallt wird. Aber woher wissen Sie, was richtig ist? Denken Sie daran, dicke Oberbekleidung im Auto zu vermeiden, egal ob es ein Kind oder einen Erwachsenen betrifft. Sehen Sie hier, wie viel Luft zwischen der dicken Oberbekleidung und dem Körper des Kindes ist. Dadurch ist der Gurt nicht eng genug und im schlimmsten Fall kann das Kind sogar aus dem Autositz rutschen. Bei einem rückwärtsgerichteten Autositz sollten die Sicherheitsgurte gerade über die Schulter zurückgehen und natürlich straff angezogen sein. Die Kopfstütze sollte in einer sicheren Position sein. Um das Anstallen einfach zu gestalten, sind hier die Sicherheitsgurte und Kopfstütze miteinander verbunden. Heute gibt es sogar Autositze, bei denen die Kopfstütze automatisch angepasst wird, sodass Ihr Kind stets eine sichere Position einnimmt. Sollten Sie Ihren rückwärtsgerichteten Autositz auf dem Beifahrersitz installieren, denken Sie daran, dass der Airbag immer ausgeschaltet werden muss.